So, Otter-Fans aufgepasst, die kleinen Tiere möchten viele ja am liebsten nicht nur anschauen, sondern den ganzen Tag knuddeln und mindestens die Pfötchen halten, kann man jetzt auch in der sogenannten Otter-Experience in Dubai. Und das genießen die Kleinen sichtlich, kommen geradezu angerannt, sobald sie die nächsten kleinen Hände erblicken. Warum sie das so gerne machen? Otter halten auch in der Wildnis Händchen, damit sie im Wasser nicht voneinander weggetrieben werden. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten, die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.